Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Legion Beta Video hier auf mmozone.de. Um die Artefaktwaffe für den Dämonologie-Hexenmeister zu bekommen, schickt uns Ritz and Flameskull erstmal runter in die Kanalisation von Dalaran, wo wir uns mit ihm treffen sollen. Das machen wir natürlich. Und sobald wir die neue Quest angenommen haben, sollen wir den mächtigen Warlocks hier helfen, ein Portal zu beschwören. Und der Gnom hier namens Celifrax ist dafür zuständig, die Zaubersprüche oder den Zauberspruch ordnungsgemäß hier zu vollführen. Wir stellen quasi nur unsere Macht zur Verfügung. Allerdings, wie wir gleich sehen werden, hat er sich ein wenig vertan im Zauberspruch oder ihn nicht ganz komplett auswendig gelernt. Jedenfalls geht das Ganze hier schief. Und anstatt der verbündeten Dämonen, die wir eigentlich beschwören wollten, tritt aus dem Portal etwas weniger Befreundetes. Nämlich Juggernaut, der hier ganz schön angepisst ist. Celifrax versucht ihn dennoch zu kontrollieren. Allerdings packt er Juggernaut in sich und schmeißt ihn einfach weg. Und weil Juggernaut so angepisst ist, ruft er seine Diener zu Hilfe, die uns anschließend gefangen nehmen und wir uns auf einem entfernten Planeten wiederfinden. Gefangen in einem Käfig zusammen mit Ritz and Flameskull, der neben uns im Käfig sitzt. Der uns doch Mut macht, eventuell mal den Gefängniswärter zu kontrollieren, dass er uns möglicherweise die Tür öffnet. Das ist auch der Fall und wir können anschließend diesen Wächter besiegen. Dieser hat 1,1 Millionen HP. Das dauert deshalb ein bisschen, aber wir haben ja Gott sei Dank Ritz and Flameskull, der uns hilft. Der aber leider während des Kampfes so stark verletzt wurde, dass wir ihn zurücklassen sollen und alleine weitergehen sollen. Und natürlich hören wir auch diesmal wieder auf ihn, weshalb wir weitergehen und auf den Kalydos hier treffen, der uns erstmal freundlich begrüßt und uns darum bittet ihn nicht zu töten. Und er wird uns jetzt helfen, hier die ganzen Wachen abzulenken, damit wir unsere anderen Verbündeten, Jubeka, Zinnen und Schinfell, befreien können, die hier außenrum festgekettet wurden und jeweils von ein paar Mobs bewacht werden. Deshalb töten wir zuerst die Mobs und können anschließend Jubeka hier befreien. Und sobald wir das erledigt haben, gehen wir Zinnen befreien und anschließend Schinfell. Und sobald wir Schinfell befreit haben, geht es darum, aus dem Gefängnis auszubrechen. Und dazu müssen wir nur diese beiden Wächter hier besiegen und anschließend die Kristalle anklicken. Daraufhin öffnet sich dann die Feuerwand gleich und wir können hindurch gehen, raus aus dem Gefängnis quasi. Aber da wir immer noch nicht in Sicherheit sind dann, sondern uns immer noch hier auf diesem Planeten befinden, müssen wir natürlich einen Weg rausfinden. Treffen auf Kalydus schon wieder, der uns immer noch davon überzeugen möchte, dass er ein Freund von uns ist und uns helfen möchte. Und uns von einem Artefakt erzählt, womit wir den ganzen Ort hier kontrollieren könnten. Und da sind wir natürlich interessiert und folgen ihm deshalb in die Archive, wo Juggernaut die Aufzeichnungen aufbewahrt über die ganzen Artefakte, die er sammeln möchte. Aber natürlich wird dieses Archiv bewacht von ein paar Mobs und zusätzlich von Nelach hier, der mit seinen ganz vielen kleinen Augen scheinbar nicht gesehen hat, dass wir auf ihn zukommen und ihn jetzt gleich töten werden. Übrigens ist das hier immer noch die Prequest zu den Artefaktwaffen. Das bedeutet, dass jeder Hexenmeister das hier machen muss, um dann schließlich die passende Artefaktwaffe zu wählen. Und nachdem wir hier Nelach besiegt haben, können wir auch endlich das Buch looten, indem wir weitere Informationen, wie gesagt, finden. Aber da wir jetzt hier Juggernauts Archive plündern quasi, bleibt das Ganze natürlich nicht unbemerkt von ihm. Und er taucht jetzt hier gleich auf und als allererstes packt er sich hier Shinfell und tötet sie quasi, indem er sie auch zerquetscht und davon schleudert und uns anschließend hier gleich zurückstößt. Und wir außenrum einen Weg finden müssen, um endlich fliehen zu können hier von diesem Planeten. Aber auf dem Weg zum Portal bewirft uns Juggernauts hier mit diesen Feuerbällen, die leider alle unsere Verbündeten hier töten. Und wir allein mit Kalydos den Weg zum Portal finden. Aber Juggernauts hat natürlich auch hier nochmal eine kleine Überraschung für uns, nämlich diese riesen Höllenfeuerbestie, die gefährlicher aussieht, als sie wirklich ist. Sie schmeißt hier nur ein paar Feuerbälle, denen einfach ausweichen und ansonsten die knapp 600.000 HP einfach runternuken. Und sobald die Höllenfeuerbestie tot ist, können wir endlich, endlich durch das Portal hindurch und sind wieder im rettenden Dalaran, wo wir anschließend bei Kalydos auswählen können, welche Artefaktwaffe wir haben möchten. Und die erste Quest für die Dämonologie-Spezialisierung lautet, wir sollen vier Reagenzien, um ein Ritual zu beschwören, besorgen, die wir alle vier in Dalaran finden. Dazu laufen wir einfach die Punkte ab, die wir auf der Minimap finden, einmal hier in das Geschäft rein, um das Blut von diesem Hirschen hier zu holen. Dabei können wir es sanft probieren oder auf die Warlock-Methode, wir klauen es ihm einfach und er stirbt. Anschließend gehen wir in die Bar hier rein und müssen hier diesen Brandy besorgen, der auf der Bar steht. Allerdings hat dieser betrunkene Mage hier was dagegen, aber so betrunken wie er ist, hat er sowieso keine Chance gegen uns. Und am Ende legt er sich einfach mal quer auf den Boden und schläft eine Runde. Gehen anschließend weiter, um eine Dose Öl zu besorgen. Dazu gehen wir hier in die Ingenieurshütte, steht da auch einfach rum, können wir einfach mitnehmen. Und als letztes brauchen wir noch Grabstaub. Den finden wir weder in dem Textilhandel noch im Erste-Hilfe-Geschäft, sondern auf dem Friedhof, der sich dahinter befindet. Und sobald wir den gefunden haben, treffen wir uns mit Kalydus an einem Ort, wo wir das Ritual vollführen können. Und er hat auch den geeigneten Platz schon gefunden. Der befindet sich genau hier. Und wir geben erstmal die vier Reagenzien an Kalydus und müssen anschließend das Ritual vollziehen, indem wir uns in die Mitte stellen und unten in der Mitte den Extra-Button anklicken, woraufhin der Schädel der Minari erscheint und erstaunt feststellt, dass wir nicht sein Meister sind. Allerdings können wir ihn in einer Unterhaltung davon überzeugen, dass wir ihn befreien möchten von seinem Meister. Allerdings glaubt er nicht, dass wir das schaffen. Aber wir natürlich und Kalydus öffnet uns auch ein Portal. Wir gehen hindurch und befinden uns in dieser Festung, wo der Schädel der Minari festgehalten wird. Und wir müssen uns einen Weg hindurch bahnen. Treffen hier auf einige Mobs. Können aber bereits schon den Schädel dort oben erblicken. Und wir müssen uns einfach nur noch hindurch kämpfen. Und sobald wir hier diesen letzten Beschwörer getötet haben, ist der Schädel frei. Allerdings erscheint Mephistroth. Und wir bekommen erst einmal ein Crit-Error. Und sobald wir wieder einloggen, befinden wir uns in dem Kampf mit diesem Dämonen hier. Der allerdings nur knapp 900 K.P. hat. Dafür aber recht gut Schaden macht. Dennoch lebt er nicht allzu lange. Und sobald wir ihn besiegt haben, können wir mit Phase 3 weitermachen. Mephistroth ist mit dem Schädel abgehauen. Wir sollen ihn verfolgen. Und sobald wir ihn gefunden haben, verschwindet er wieder. Und wir sollen uns mit seinen Untertanen hier vergnügen. Müssen insgesamt drei Wellen der Mobs töten. Und anschließend kommen noch die Anführer von diesen Mobs hier. Und sobald wir die zwei Dämonendamen hier besiegt haben, können wir dann auch endlich weiter Richtung Mephistroth und unsere Artefaktwaffe. Kurz noch Lady Tyranna töten. Und sobald wir diese getötet haben, möchte Mephistroth doch glatt den Schädel der Manari zerstören. Und wir müssen ihn schnell daran hindern. Auf dem Weg dorthin hat er uns natürlich weitere Mobs in den Weg gestellt. Allerdings können uns die natürlich nicht davon abhalten, bis zu Mephistroth durchzudringen. Und ihn davon abhalten, den Schädel zu zerstören. Was auch kein großes Hindernis ist, denn er hat nur knapp 700 Kp. Und wenn man ordentlich hier durchcastet, geht das auch relativ zügig. Allerdings können wir ihn nicht töten, sondern er verschwindet vorher. Aber er hinterlässt uns den Schädel der Manari, Gott sei Dank. Und wir können ihn looten und sind somit in Besitz unserer Artefaktwaffe. Und anschließend müssen wir noch durch das Portal zurück und die Quest bei Kalydus abgeben. Der uns dann anschließend nur noch die Quest für die Klassenhalle gibt. Die wir euch aber bereits schon in einem anderen Video gezeigt haben. Falls ihr die noch nicht kennt, schaut euch das Video an. Wir sind allerdings jetzt erstmal fertig hier. Wir sind im Besitz unserer Artefaktwaffe, die diesmal keine Mainhand ist, sondern eine Offhand. Weshalb der Dolch auch relativ unspektakulär ist. Mit 287 Int, 431 Ausdauer, 265 Tempo und 117 Meisterschaft. Wohingegen die Offhand schon deutlich interessanter ist. Mit 219 Int, 328 Ausdauer, 146 Crit, knapp 3000 Zaubermacht, 146 Meisterschaft. Und dem Effekt, dass Tal Kiel erscheint und unseren Gegner quält. Und zu guter Letzt zeige ich euch wie immer die Artefaktwaffe. Leider kann ich den Dagger euch nicht zeigen, da ich ihn nicht ziehen konnte. Er blieb die ganze Zeit an der Hüfte hängen. Aber ihr seht ja den coolen Schädel hier. Was mich als Nicht-Warlock-Spieler schon extrem neidisch macht. Und nun bedanke ich mich bei euch für euer Interesse. Für weitere Videos rund um Leechen und die Artefaktwaffen. Besucht uns bitte auf www.mmozone.de Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer guten Loot. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch.